Musik Musik Herzlich Willkommen bei Sona Herauf Hier im Service Point A30 Mein Name ist Dirk Aink, Global Design Manager und ich verantworte gemeinsam mit meinem Grün in Portugal die dekorativen Aspekte des Sona Herauf und Produktportfolios Sona Herauf, einer der weltweit größten Holzwerkstoffklappenhersteller entwickelt, produziert und vermarktet Span, MDF und OSB-Klatten unter der Marke Core & Technical Innovus, so nennen wir die dekorative Produktpalette mit MFC, HPL und Kompaktplatten als auch durchgefärbtes MDF Last but not least, Agepan System die konstruktive Sparte bei Sona Herauf Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte fürs Bauen, Planieren und Dämmen Wir als Mitglied der ersten Stunde im Service Point A30 schätzen den kreativen Gedankenaustausch mit den Netzwerkpartnern Heute, mehr denn je, erwarten die Endverbraucher ehrliche, authentische Produkte Im Design der dekorativen Holzwerkstoffoberfläche bedeutet das für uns die harmonische Zusammenführung von Optik und Haptik Um dieses Perfect Match zwischen Look & Feel zu realisieren hat Sona Herauf in den letzten Jahren fünf neue Oberflächentexturen entwickelt Bestes Beispiel hierfür ist die neue Innovus Oberflächentextur Cosmos In Kombination mit der Druckstruktur Feel Light Grey beispielsweise entsteht eine faszinierende Oberfläche mit Alleinstellungsmerkmale Das sah auch die Jury des German Design Awards 2021 so und prämierte Feel Light Grey Cosmos als exzellentes Produktdesign Diese und weitere spannende Produktvarianten zeigen wir Ihnen gerne persönlich Okay? Okay. Okay. symA